Hallo PBL, ich bin MadGash und ich rappe jetzt Denn ich habe Lust zu battlen und euch alle zu zerfetzen Keine Angst, ich bin ziemlich gut vorbereitet Denn ich höre Spontausrunden auf Dauerschleife, ja Dadurch hab ich eine Blaupause, rede über Notentux Und dass ich dich abknalle, yes, ja Danach krieg ich ein paar Screenshots oder bringe einfach eine Runde Realtalk Nicht zu vergessen sind ein paar Catchphrases und in einer Bridge Da rapp ich bisschen Englisch, damit sollte ich jeden Gegner vernichten Denn meine Videos sind immer gut belichtet Hater würden sagen, ich mach Phrasendrescherei Sie sind aber neidisch, denn sie können gar kein Dammeltime Alle eure Punchlines gehen bei mir ins Nähere Denn ich trage eine Maske von nem Bären MadGash holt sich jetzt die 25 Euro Denn er hat gar kein Geld mehr auf dem Konto MadGash holt sich jetzt die 25 Euro Geht ihm aus dem Weg, sonst ermordet er euch noch Einen intentionally